Musik Hat eigentlich einer gesehen, wo meine Lampe geblieben ist? Oh, hi. Die liegt da. Da, da. Du hast da gerade... Irgendwer hat dich gerade beschossen, ne? Ja, da oben. Hä? Wo? Oh, oh. Danke. Ich hätte mich keine Munizur... Lautloser Kill. Ich schieße mit meiner Knarre und der macht hier lautlosen Kill, ist klar. Ich habe eine Lampe. Hier sind noch mehr. Genau, wenn du mir noch anfängst zu schießen, musst du die Lampe weglegen. Ja, weiß ich auch. Ach, du hast die wieder weggeworfen. Ja, weiß ich. Bei Absicht. Bei mir, so weiß er mir noch mehr ist. Schau mal, ob hier Krypt... Kryptos sind. Kryptos. Aber jetzt habe ich sie nicht weggeworfen. Jetzt habe ich sie nur abgelegt. Naja, ich meine abgelegt, ja. Ja, aber jetzt ist sie wieder weg. Wow. Wenn es sein muss, ist sie auch hier. Ist auch noch hier eine. Hier liegt sie wieder. Ähm. Bist du gerade beim Bär? Nein. Dann habe ich ein Problem. Mach Überlebensinstinkt, du siehst mich. Dann habe ich ein Problem. Wieso? Da ist Trinity und da ist der Bär. Wo bist du denn? Nee, ist eine Bildkatze. Entschuldigung. Aber läuft auch dasselbe hinaus. Ich habe eine Krypto entdeckt. Schön. Ich komme gleich. Ah, ich! Ey, kommt. Zwei Bildkatzen ist unfair. Okay, wir haben... Ich glaube, wir überleben jetzt sogar schon länger als sonst. Oh, Militärgewehr. Schnabel! Ich habe hier gerade zwei Mieze-Katzen. Ich weiß, da war ich bei der Krypto auf... Wir brauchen Essen. Boah, Glück gehabt. Du brauchst Essen, ich bin noch voll. So. Zwei Mieze-Katzen geben, ordentlich was. Du brauchst Essen, ne? Ja. Siehst du mich noch? Oh, Scheiße. Ähm... Warte mal kurz. Was ist denn? Lara, leg diese Klinks ab! Scheißdreck! Ich komme mal zu dir, okay? Vorsicht. Wie oft soll ich dir jetzt eigentlich noch in die Eier schießen? Hast du Essen irgendwo? Nein. Aber wir jagen dir was. Wie kann ich noch komplett voll sein und du leer? Wie geht das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo bist du? Und ich... Okay, ich habe wenigstens wieder etwas Puffer. Okay. Aber ich... Nicht genug. Kann ich dich heilen? Wie geht es denn? Nee. Jetzt bei Nacht findest du auch wieder nichts. Hä? Da oben bist du. Okay. Ach, genau, genau bei Nacht, genau bei Nacht. Wieso muss das mir wieder passieren? Ist mir auch passiert, vorhin. Ich kann dich wenigstens wehren. Schön ist, wenn du vor mir zusammenbrichst. Du hast noch genug Puppe, du hast mehr als genügend Puppe. Wo Federn? Scheiß auf Federn. Du brauchst Futter. Oh, Federn, geil. Du brauchst Futter. Aber du blinkst. Ist das eine alte Raup oder sowas? Das ist unsere alte Raup? Kann passieren. Komm her! Ach, scheiß Dreck. Ich hab gedacht, das war irgendwie eine Raup, der Futterbonus. Wölfe, wo seid ihr? Da. Nimm mir das Arche heute hier. Oh. Oh. Ui, Tag 4. Hier, hier. Essen, 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 Essen. Hammer, Hammer, Hammer. sehr gut gut das hinter drehgebejagt habt hier ist noch ein wolf bediene ich jetzt sehr gut hier ist noch einer hier du brauchst es dringend als ich bin randvoll mit futter wir brauchen erst mal wieder so wir müssen die kripte habe ich schon gefunden da kannst du mich jetzt mal hinlotsen wir sind jetzt wieder voll oder er ist zur raupe wir brauchen wärme wir dürfen die kripte jetzt erst wieder suchen macht nichts ich komme jetzt mit habe gesagt wir dürfen uns nicht trennen zusammen sind wir stark da ist unsere raupe wir dürfen uns nicht trennen zusammen sind wir stark bist du noch hinter mir schatzi ich wehren nicht okay von der ist die richtung gekommen oder nee wir sind von da so wir sind wir sind zu von der richtung gekommen wenn nämlich ex auf die raupe zu bedanken sind okay dann auch mal vor ich werde dich nebenbei noch irgendwann am bären mitnehmen dann ist gut spät ist es 23 3 da mache ich mehrere parts raus eiskalt und die teilchen 15 minuten so so holz haben ich habe das gefühl ab tag hier wird alles schlimmer wo bist du da hier kommst du gleich wir reden echt sowieso echte überlebende sowieso als wenn wir in der wildnis sitzen ab tag 4 wird alles schlimmer ja aber die frame braten gehen bei mir jetzt ja die gehen bei mir jetzt auch schon voll klar finde ich voll geil 52 bilder man kann nicht maulen oh scheiße einfach ignorieren wo ist meine lampe die lampe her bist du da ich sehe dich sagen wir so ich konnte nicht anders ich musste meinen instinkten nachgehen ich musste ihn töten so wo bist du okay ich finde ich geht aber rein alles klar oh geil meine lampe ist die sport ach scheiß ich komme von der falschen seite also ich könnte ich sagen ja bin ich auch gehe ich bei uns hier im basislager auf das ist schon besser ist ja die idee ich habe mangel seht ihr immer diese t sieht er jetzt gefunden was machst du da unten ich bin hier ich bin dabei die lampe mit ok so ich habe 14 fähigkeitspunkte die gebe ich erstmal aus aber da Uno 2 und und ja und und So, ich könnte langsam wieder Futter gebrauchen. Wie sieht es bei dir aus? Äh, bei mir ist es noch grün. Wir müssen uns die Krypta hier mal markieren. Es wird nämlich schon wieder Nacht. Die Temperatur wird fallen. Ich muss an einen warmen Ort. Keksi? Ja. Hast du gehört? Ich sag, es wird schon wieder nackt. Das heißt, wir müssen jetzt jagen, ansonsten kriegen wir nichts mehr. Bleibt, aber bleib du in der Krypta. Ist okay. Nee, ich mach auch essen. Ja, aber ich kann auch für uns beide jagen. Wobei, es zieht die Defense 2. Ich kann auch für uns beide jagen, aber dann finde ich wenigstens die Krypta. Apfoy! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich lebe mir nur einen hasstigen Kampf. Mach's das. Wo bist du? Äh, in der Nähe von der Krypta. Ich wollte auch gerade eben Essen sammeln. Okay. Ich kehre gleich zurück. Ich muss mich hier mal kurz aufwärmen. Ich muss irgendwo hin, wo es warm ist. Ja, ist doch warm. Du hältst dich doch gerade auf, Lara. Äh. Äh? Lampe? Hallo? Was denn? Geil. Die Lampe hat sich in den Schnee verbuddelt. Ich kann sie nicht mehr aufnehmen. Hallo? Ja, aber toll. Da bist du blöd. Oh. Es gibt doch bestimmt noch mehr Lampen hier, oder? Ja. Schau mal. Kannst du mich sehen? Ja. Dann geh mal zu meiner Position, aber beeil dich. Weil mit der Hitze und so habe ich keine Probleme. Hier stehen zwei Lampen und ein Fass. Warte mal. Hier sind... Alter. Was? Hier waren die Überlebenden, die Unsterblichen. Ich brauche was zu fressen. Da, ich sehe dich. Ich sehe ein Bär. Schön. Den brauche ich dann. Ah, scheiße, du bist schon gelb. Die Sonne. Los, immer weiter. Früher oder später werde ich Nahrung brauchen. Ah, cool. Der ist schon tot. Ja. Glückwunsch. Hab ja auch nur aus dem Hinterhalt geschossen, ne? So, jetzt ist Tag. Jetzt brauche ich Futter. Das ist doch, äh... Ich bin auch schon gelb. So, du geh dich erst mal aufwärmen. Und bleib da vor allem bei dem Fass stehen. Ich komme. Fass? Na, das ist doch so ein Fass und zwei so eine Dinge. Ich bin jetzt bei der Krypto wieder. Okay. Das Feuer brennt. Ich bin bereit. Ich sehe das Feuer, Lara. Wir kommen jetzt. Ähm? Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade gemacht habe. Du hast die Signalfeuer angemacht. Die holen uns jetzt gleich ab. Fuck! 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 Ich brauche Hilfe, und zwar ganz schnell. So ein Bär ist alleine ganz schön schwer. Fuck! Ich liege im Feuer. Ich habe ihn allein geschafft. Sehr gut. Kix, komm hierher. Wir haben jetzt nur ein kleines Problem. Da du jetzt das Signalfeuer angemacht hast, wird es jetzt ein bisschen schwerer. Kommt doch. Ah, nee, gar nicht. Schnapp dir das Seil. Wir sind da. So, mal sehen, wie das jetzt ausgeht. Vielleicht haben wir es das erste Mal geschafft. Das wäre immerhin geil, um es jetzt zu beenden, weißt du? Ja, nicht, Lara. Damit sind wir Trinity ganz sicher einen Schritt voraus. Aha. Oder kommen wir jetzt in ein neues Gebiet? Hey, wir haben auch nicht was gekriegt. Ah, cool. Wir haben fünf Tage lang überlebt, hey. Na gut, wir haben jetzt einfach noch keine Krypte, ne? Ja, das wäre doch nicht schlimm. Und wir haben den Kartenbonus. Den müssen wir das nächste Mal wieder rausnehmen. Kartenbonus? Ja, wir haben da ein Minusbill kassiert. Aber komm, du hast gesehen, wenn wir zusammenhalten, sind wir stärker. Ja. Problem ist, wir mussten jetzt, weil wir hätten jetzt hier nicht ewig weiterspielen können. Mein Speicher wird langsam eng. Ich war Tag 2, Tag 3. Zurück zur Lobby. Ich weiß nicht. So. Was machen wir jetzt? Schauen wir mal nach dem Speichern, dann schauen wir nochmal. Hey, aber so schlecht waren wir nicht. Alles klar, Leute. Das war eine kleine Runde. Mal sehen, vielleicht haue ich es im Stück raus, vielleicht splitten wir es auch in der Extra-Reihe. Mal schauen, dass wir den Kicks und ich uns noch. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.